Musik Da stockte uns in Europa allen der Atem. Also am 24. Februar 2022, also im letzten Jahr, Russland die Ukraine überfiel. Da machte sich eine gewisse Ohnmacht bei uns breit. Diese Willkür, diese Gewalt, dieses Unrecht. Und wir können nichts dagegen tun. Mehr als 13 Millionen Menschen sind seitdem aus der Ukraine vertrieben worden. Über 100.000 Tote. Das ist Karfreitag. Das ist die Erfahrung, mein Gott, mein Gott, warum? Das ist die Hölle. Schon hier und jetzt. Wenn ein Teil von mir, von meinem Leben brennt. Diese Erfahrung. Manchmal ist Karfreitag viel näher als die Ukraine. Der Mann, der von seinem Arbeitgeber vor die Tür gesetzt wurde, von heute auf morgen. Ganz überraschend und auch sehr willkürlich. Die schwangere Frau, die sich an unseren Notruf Mirjam wendet, weil ihr Freund, ihr Lebensgefährte, der Vater des Kindes in ihrem Bauch und auch sogar ihre ganze Familie sie verstoßen haben. Die Eltern, die hilflos, eben ohnmächtig mit ansehen müssen, wie ihr Kind sich den Drogen hingibt und dadurch regelrecht zerstört wird. Der 50-Jährige mit der Krebsdiagnose, sie haben vielleicht noch zwei Jahre, sagte der Arzt zu ihm. Die 44-Jährige, die so voller Leid war, gefangen. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, waren die letzten Worte ihres Abschiedsbriefes, bevor sie sich vergiftete. Das ist zum Weinen, zum Schreien, zum Verzweifeln. Das alles ist Karfreitag. Angst, Drama, Schmerz. Und nicht zuletzt eben dieses Gefühl, ich bin allein. Ich bin auch von Gott allein gelassen. So hat Jesus das ja damals auch herausgeschrien. Am ersten Karfreitag, als sie ihn ans Kreuz nagelten. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Karfreitag, wenn sich die Erschöpfung meiner bemächtigt, meines Denkens und Fühlens, meines Herzens und meiner Seele. Wenn ich nicht weiter weiß, angesichts dessen, was geschieht, was ich vielleicht getan habe oder was andere mir getan haben, was ich nicht verhindern, was ich nicht ändern kann. Karfreitag ist nicht nur ein Tag. Ist nicht ein Tag im Kalender nur. Karfreitag ist nicht bloß ein kirchliches Fest. Nicht allein der Todestag von Jesus Christus. Karfreitag ist eine Erfahrung, eine Grunderfahrung unseres Lebens. Andere vergreifen sich an mir, tun mir Unrecht, quälen mich oder das Schicksal spielt mir übel mit. Ein Unglück ereilt mich oder ich bin gescheitert, ich bin schuldig geworden, ich habe versagt. Dann scheint eben alles zu Ende zu sein. Das war damals so bei Jesus und das ist heute so bei uns ja vielleicht auch. Jesus starb und du und ich, wir sehen, wir haben keine Zukunft. So fühlten sich auch zwei Männer, die zu den engsten Freunden von Jesus gehörten. Sie waren dabei, als Jesus verspottet wurde. Aus sicherer Distanz haben sie das alles beobachtet. Sie waren dabei, als Jesus an das Kreuz genagelt wurde. Und sie dachten, das war es jetzt, so wie wir das ja auch oft denken. Und dann geschah etwas. Dann geschah das, was wir als Ostern feiern. Manches Ende ist ein Anfang. Dann, wenn auf Karfreitag Ostern folgt. Zwei Gedanken dazu. Der erste, einer hat das Ende überwunden. In der Heiligen Schrift heißt es von dieser Szene, die ich gerade erwähnte. Siehe, zwei von ihnen, von den Jüngern, von Jesus, von seinen Freunden, gingen an demselben Tage, es ist der Ostertag, gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa zwei Wegstunden entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von all diesen Geschichten. Also von dem, was sie erlebt hatten, wahrscheinlich am meisten von ihrer Enttäuschung, von ihrem enttäuschten Vertrauen auch auf Gott. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah. Es ereignete sich. Es passierte. Als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst. Es ist Ostern. Da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen, aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Das ist seltsam und andererseits alles andere als selten. Die beiden haben manches mit Gott erlebt. Sie haben auch gehört vorher die Botschaft von Ostern. Andere hatten es ihnen schon gesagt. Er ist nicht im Grab geblieben. Jesus lebt. Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Karfreitag hat nicht das letzte Wort. Aber diese Botschaft bleibt kraftlos für ihren Alltag. Sie sind frustriert. Sie sind enttäuscht. Und in dieser Krise, ja, Martin Luther hat das mal sehr schön formuliert, meine ich. All ihr Wissen von Jesus bleibt im Herzen gar still, kalt und faul bei ihnen liegen, als eine leere Hülse ohne Saft und Kraft, die ihnen weder nützt noch hilft. Das kenne ich aus eigener Erfahrung, aus eigenem Erleben. All mein Wissen bleibt im Herzen gar still und kalt und faul bei mir liegen. All meine Erfahrungen mit Gott sind manchmal wie eine leere Hülse. Ohne Saft und Kraft. Und vielleicht geht es dir ja auch so. Du hast einiges mitbekommen. Damals als Kind in der Familie. Da hattest du auch Glauben, da hattest du Vertrauen. Oder später vielleicht in deiner Jugend, in Kirchen, in Gemeinschaften, in Gottesdiensten. Du hast dich geborgen gefühlt. Damals. Und Gott hat ein Stück der Geschichte deines Lebens geschrieben. Was ist daraus geworden? Das ist die Frage. Ist es Kraft für den Alltag? Kraft und Zuversicht in der Krise? Mut zum Leben? Hoffnung für die Zukunft? Zum Glück. Zum Glück ist nicht nur Karfreitag ein Tag im Kalender. Zum Glück ist auch Ostern nicht nur ein Tag im Kalender, sondern eine Erfahrung, die wir immer wieder neu erfahren können und sollen. Eine persönliche Erfahrung, nämlich die Erfahrung, einer hat das Ende überwunden, dieser Jesus. Gott hat ihn tatsächlich von den Toten auferweckt und dadurch eine neue Realität geschaffen. Gott vergewissert damit, dass er seine Leute nicht fallen lässt, ins Bodenlose. Ja, wir fallen. Aber wir sollen nicht ins Bodenlose fallen. Jesus nicht, als er stirbt, du nicht, niemand. Auch nicht am Ende unserer Tage. Diese Leute, die da unterwegs sind, diese beiden Männer, merken da am Karfreitag, diese Karfreitagsmänner merken da am Ostermorgen noch nichts davon. Es heißt, Jesus, der Auferstandene ist bei ihnen, aber ihre Augen sind gehalten. Immerhin, er ist bei ihnen, allem Zweifel zum Trotz. Jesus, der Auferstandene, begleitet diese beiden Männer unerkannt. Und das gilt für uns bis heute. Er ist uns nahe, er begleitet uns. Damals diese Männer als leibhaftige Erscheinung und heute nach Himmelfahrt als heiliger Geist. Auch wenn unsere Augen manchmal oder vielleicht sogar bis heute gehalten sind, wie es da im Bibeltext heißt. Also, auch wenn wir vielleicht blind sind für die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Seit dem ersten Ostertag gilt, Jesus Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden und er begleitet uns. Er ist mit uns auf dem Weg unseres Lebens. Damals bei diesen beiden Männern eben leibhaftig und heute als heiliger Geist. Er ist in der Kraft und zwar egal, ob du das merkst oder ob du es nicht merkst. Und er möchte sich auch zu erkennen geben. Und sollen die Augen schon aufgehen, dass wir ihn wahrnehmen, die Gegenwart Gottes wahrnehmen. Wir sollen einen Blick dafür bekommen, dass Jesus das Ende überwunden hat. Und jeder Karfreitag, jedes Drama, jeder Schmerz, jede Angst ist überwunden. Dafür sollen wir einen Blick bekommen. Denn die Auferstehung von Jesus durchbricht alle Grenzen, die es gibt. Alle Gesetzmäßigkeiten, denn normalerweise, wer tot ist, ist tot. Aber hier ist ein neuer Anfang. Einer hat das geschenkt. In Jesus Christus. Eine völlig neue Wirklichkeit wird dort geschaffen. Das ist Ostern. Eine völlig neue Wirklichkeit. Trotz der Erfahrung von Karfreitag. Die Wirklichkeit, dass du Gottes Nähe und Hilfe erleben sollst. Auch wenn du dir das nicht vorstellen kannst. Auch wenn du vielleicht denkst, das ist unmöglich. So wie damals die Auferstehung. Du sollst seine Kraft und seine Möglichkeiten, die Möglichkeiten Gottes entdecken. Auch seinen Beistand, seinen Trost. Auf deinem Weg durch die Zeit. In den Herausforderungen deines Lebens. Ob du nun an einem Ende stehst oder an einem Anfang. Nur, dass Gott niemanden dazu zwingt. Gott sei Dank. Die Amtskirchen, die zwingen, die nötigen ja manchmal. Und wir Christen nötigen und zwingen ja manchmal wohl auch uns selbst oder andere Menschen. Aber Gott eben nicht. Gott wartet. Auf dich, auf mich, auf uns. Auf unser Bitten. Auf unser Verlangen. Den darfst du nötigen. Indem du betest. Herr, schenke mir die Erfahrung, dass du da bist. Auch an diesem Karfreitag vielleicht. Indem du drinnen steckst. Schenke mir die Erfahrung deiner Auferstehung. Öffne mir auch die Augen dafür, dass du an meiner Seite bist. Und mich begleitest auf der Reise meines Lebens. Auf dem Meer der Zeit. Gib mir Gewissheit. Lass in mir Vertrauen wachsen, dass du das Ende überwunden hast. Die beiden, die damals miteinander auf dem Weg waren nach Emmaus, die haben auf ihre Weise Gott, Jesus, darum gebeten. Es heißt, und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingegen, also die beiden Männer mit dem unerkannten Jesus. Und er, Jesus, stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn. Wie gesagt, Gott dürfen wir nötigen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Sie erkannten den Auferstandenen in ihrer Gegenwart. Eine Erfahrung, die das Leben dieser beiden Männer jetzt völlig auf den Kopf stellt. Das ist der zweite Gedanke. Dieser eine ermöglicht einen neuen Anfang. Einen neuen Anfang, der mitten in unserem Alltag, in unserem alten Leben beginnen kann. Und sie, die beiden, heißt es später, und sie standen auf zu derselben Stunde und kehrten zurück nach Jerusalem. Jerusalem, das ist der Ort des Scheiterns, das ist der Ort des Todes, das ist der Ort der Niederlage. Das ist da, wo Unrecht ist, wo Sterben ist, wo Grab ist. Jerusalem ist das Ende. Und genau dorthin kehren sie zurück. Wer am Ende ist, der möchte ja eigentlich am liebsten wegrennen. Weggelaufen von dort, wo es so schwer ist. Vom Ort der Niederlage, vom Ort des Schmerzes. Das ist doch absolut verständlich. Doch seit Ostern gibt es eben eine neue Wirklichkeit. Da, wo du nur ein Ende siehst, da kann ein neuer Anfang sein. Wo du nur eine Wand wahrnehmen kannst, da kann Gott eine Tür öffnen und auf diese Weise die Geschichte deines Lebens weiterschreiben und zwar gutschreiben. Wo du und ich, wo wir an Grenzen stoßen, da ist Gott noch lange nicht am Ende. Im Gegenteil. Manchmal knüpft er an unsere Grenzen an, um so einen neuen Anfang zu ermöglichen. So wie hier, sie kehren zurück. Sie laufen nicht mehr fort. Sie sind bereit, in Jerusalem die Herausforderungen anzunehmen, die ihnen dort vor die Füße gelegt sind. Und das können wir auch. Du kannst deine Herausforderungen anpacken. Du kannst deinen Schicksalsschlag anpacken. Du kannst für deine Schuld Verantwortung übernehmen. Du musst nicht weglaufen. Du kannst auch durch dein Leiden hindurch oder was immer es ist. Du kannst dein Leben neu gestalten, jedem Karfreitag zum Trotz. Die Ohnmacht, das Drama, die Tränen, der Schmerz, die Hölle, die Niederlagen, sie haben nicht mehr das letzte Wort. Denn der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden und dadurch gibt es keine Grenzen mehr. Für Gott, bei Gott. Christen erleben Karfreitag darum immer schon vor dem Horizont von Ostern. Ja, wir erleben Karfreitag, aber vor dem Horizont von Ostern. Dass das nicht das Ende ist. Dass ein Anfang möglich ist, der manchmal ganz anders aussieht, als ich es mir gedacht habe. Die Hand Gottes, diese Hand ist immer nach dir ausgestreckt. Und du brauchst dich nur festhalten zu lassen. Du brauchst sie nur zu ergreifen und dann dich festhalten zu lassen. Das ist unsere Chance. Seit Ostern ist klar, dass jener erste Karfreitag auch zutiefst sinnvoll war. Denn Jesus stirbt da für uns. Weil Gott vergeben will. Damit wir selbst auch veränderte Menschen werden können. Anderen vergeben. Einen neuen Anfang wagen zwischen Gott und dir. Zwischen mir und anderen. Einen neuen Anfang. Vielleicht auf getrennten Wegen, ja. Aber einen neuen Anfang. Und der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Auch wenn unser Körper am Ende ist. Wenn unser ganz persönlicher letzter Karfreitag kommt, wenn es ans Sterben geht. Wenn es ans Sterben geht, dann sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist paradox, das ist widersprüchlich. Ja. Aber das geht durch Gott. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Der wird ewiges Leben haben. Die Hand Gottes, die Jesus aus dem Grab geholt hat, die reicht in jedes Loch hinein. In dem wir liegen und sei es noch so tief. Blind glauben muss das keiner. Sondern, das ist es ja, das soll zu unserer Erfahrung werden. Ostern ist eine Erfahrung. Gottes Kraft ist da. Gottes Liebe steht hinter meinem Leben. Kraft und Saft im Alltag. So oft du Gott darum bittest. Karfreitag ist der Tag, an dem Gott vergewissert, dass seine Liebe den Leidenden auch gilt. Darum leidet er selbst am Kreuz. Damit Erlösung geschieht. Nach Karfreitag kommt die Erlösung. Nach Karsamstag, nach deiner Schuld, nach der ungewollten Schwangerschaft. Es gibt Erlösung. Nach der Krankheit, nach der Niederlage, danach wird Ostern sein. Durch Gott. Probieren wir es aus. Legen wir doch die Hände in den Schoß und fangen wir an zu beten, ihn zu nötigen. So wie damals diese beiden, den unbekannten oder den unerkannten Jesus nötigten. Fangen wir an zu beten für uns selbst. Und dann gucken wir mal, was passiert. Fangen wir an zu beten für andere. Und dann gucken wir mal, was geschieht. Fangen wir an zu beten für die Menschen in der Ukraine. Dass wir nicht einfach nur ohnmächtig das beklagen. Fangen wir an zu beten, auch für die russischen Soldaten, die als Kanonenfutter degradiert worden sind. Du kannst beten, so wie die beiden damals. Herr, bleibe bei mir mit deiner Liebe. Öffne mir die Herzen für deine Gegenwart und lass mich ganz neu deine Kraft erfahren. Und dann so die Welt gestalten, meine persönliche kleine Welt und die große Welt um mich herum. Dass manches Ende ein neuer Anfang ist. Ich möchte schließen mit Worten von Friedrich von Bodelschwing, die er gedichtet hat, ein Jahr vor dem Beginn des Zweiten Weltkrieges. Doch ob tausend Todesnächte liegen über Golgatha, ob der Hölle Lügenmächte triumphieren fern und nah, dennoch dringt als Überwinder Christus durch das Todestor. Und die sonst des Todeskinder führt zum Leben er empor. Ich möchte beten und wenn Sie mögen, dann beten Sie doch mit in der Stille Ihres Herzens. Vater im Himmel, du Guter, du Wunderbarer. Ich glaube, aber manchmal zweifle ich auch. Gerade dann, wenn ich am Ende bin. Wenn ich vor einer Mauer stehe und nicht weiter weiß. Ich bitte dich, vergewissere mich, dass du dann da bist mit deiner großen Liebe. Und öffne meine Augen da, wo sie gehalten sind. Dass ich dein Wirken, dein Fügen erkenne. Und auch sehe, wo du eine Tür öffnen möchtest, auch wenn ich zunächst nur eine Wand erblicke. Ich bitte dich, gerade einen Blick auf mein eigenes Sterben. Schenke mir die Erfahrung dieser beiden Jünger, dass du den Tod überwunden hast. Damals und dass das bis heute gilt. Dass es keine Grenzen mehr gibt. Für mich selbst und für andere. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, du guter, lieber Herr. Amen. Gottes Segen für die Wege, die vor uns liegen. Gott, unser Vater im Himmel, sei über dir und bewahre dich auf den Wegen deines Lebens. Jesus Christus, der Heiland und Herr, sei neben dir und stärke dich auf den Wegen deines Lebens. Der Heilige Geist, Gottes Kraft, sei in dir und schenke dir ein fröhliches Herz auf den Wegen deines Lebens. So segne dich der dreieinige Gott, der Vater durch den Sohn im Heiligen Geist. Amen. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schön, dass Sie heute unser Zuschauer waren bei Glaube, Hoffnung, Liebe, Impulse fürs Leben. Wir sind eine Gemeinschaft von Menschen, die an unterschiedlichen Orten in Deutschland oder in der Welt leben. Eine mobile Community nennen wir das, die davon geprägt ist, oder besser gesagt, das eine, was uns verbindet, sind Werte wie Glaube, Hoffnung, Liebe und die Frage, die gemeinsame Frage, was ist die Bestimmung unseres Lebens? Welche Platzanweisungen haben wir in dieser Welt? Wie hat der, der uns in diese Welt gestellt hat, Gott beispielsweise, sich das eigentlich gedacht mit uns? Und wenn Sie mögen, freuen wir uns, wenn Sie sich uns anschließen, auch in der Gestalt, dass Sie unseren Newsletter abonnieren auf www.glaube.hoffnung.liebe.de Das wird hier unten eingeblendet. Und wenn es Ihnen möglich ist, ja, dann überlegen Sie auch, ob Sie uns finanziell unterstützen wollen. Wir finanzieren uns ganz ohne Kirchensteuermittel. Wir sind frei, selbstständig und unabhängig als ökumenische Initiative. Und hier unten wird jetzt das Konto des Landesvereins für Innere Missionen eingeblendet, ein freies Werk innerhalb der Kirche. Der Landesverein für Innere Missionen ist Träger dieser Arbeit. Und ganz, ganz wichtig, wichtiger als alles fast ist, dass Sie auch andere auf dieses Angebot aufmerksam machen. Sie werden Menschen kennen, für die das vielleicht etwas ist, die Fragen haben nach dem Woher, Wozu und Wohin unseres Lebens. Und diese Menschen sind hier richtig. Bleiben Sie zuversichtlich, bleiben Sie fröhlich, denn Gott ist an unserer Seite.